Hallo Herr Seekräuter, hallo Herr Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zurück hier auf unserem YouTube-Kanal. Willkommen zur Schiffseinweisung zur Erich Löwenhardt, dem zweiten T6 Premium Flugzeugträger im Spiel World of Warships. Und ja, der ist jetzt ganz frisch dazugekommen, die deutsche Nation hat ihn bekommen. Es gibt ein paar Besonderheiten, die wir jetzt beleuchten wollen und wir wollen zuerst mit der Geschichte anfangen. Es ist nur ein Entwurf, der quasi der Entwicklung der Graf Zeppelin vorausging. Man sieht auch schon ein paar Gemeinsamkeiten hier, zum Beispiel die Platzierung der Sekundärgeschütze ist sehr, sehr ähnlich. Unterschiede gibt es hauptsächlich bei den Brückenaufbauten und eben auch bei der Flugabwehr. Ja, und dann ist das Schiff natürlich auf T6 und nicht wie unsere Graf Zeppelin, die wir ja schon im Spiel haben, auf der Stufe 8. Schauen wir uns die Panzerung an. Wir haben hier 19mm, 21 auf dem Deck, 20 an der Seite. Das heißt, bei den 19mm Overmatch ab 372mm Kaliber. Beim Deck sind es 301mm, wenn ich mich nicht ganz irre. Also, ich sag mal, alle Schlachtschiffe, selbst die, die auf T5 rumfahren, können euch einfach overmatchen mit ihren AP-Granaten. HE-Spammer werden auch ihre Freude haben. Ihr seid groß, ihr seid dünn gepanzert und da brauchen die meisten nicht mal IFE, um euch vernünftig penetrieren zu können. Auch wenn es da gar nicht unbedingt um die Brände geht, weil ihr die ja relativ schnell löschen könnt mit eurem automatischen Schadensbegrenzungsteam. Aber, ja, der PEN, der HE-Granaten ist auf jeden Fall safe. Dann geht es weiter. Böschungspanzerung hier 60mm innen, 80mm an der Seite, 100mm da, also 160 plus die 25 da. Also, das sind schon ein paar Millimeter, die da zu überwinden sind. Vor allen Dingen, weil die Zitadelle auch nicht groß aus dem Wasser rausguckt. Also, ihr seht, relativ wenig. Das ist schon nicht so einfach, die Zitadelle zu treffen, gerade über größere Entfernung. Aber, ja, wie gesagt, umso näher, dann umso gefährlicher. Also, immer schön zurückhalten und auf eure Verborgenheit achten. Gut, das war die Panzerung. Das war die Geschichte. Jetzt ganz kurz, wir schicken euch jetzt direkt ins Gameplay. Ist ein T5, T6 Gameplay. Ja, und ich habe es direkt aufgenommen, sodass ihr auch die Anflugkegel und die Ellipsen seht, wie die sich so verhalten. Das war mir wichtig, dass ihr das gleich gut einschätzen könnt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und nebenbei vergleichen wir dieses Schiff mit der Arc Royal, einem anderen T6 Premium Flugzeugträger. Und dann natürlich die Weser als deutsche Pendant aus dem Forschungsbaum. Damit wir dazu ein bisschen einsortieren. Platz 1 ist die beste Platzierung, Platz 3 dann dementsprechend die schlechtere. Bevor wir jetzt auf die Werte alle eingehen und das Ranking durchgehen, möchte ich euch ganz kurz die Grafiken erklären. Die Grafiken sind bereits geskillte Werte. Das heißt, da ist der Kapitän drin, da sind die Signale dabei und da sind die Verbesserungen eingebaut. Wenn ihr meinem Bild nachbaut, würdet ihr diese Werte erreichen. Zum Vergleich, zum Ranking haben wir natürlich ungeskillte Schiffe genommen, ungeskillte Module. Also die sind nicht eingebaut und die Signale sind halt auch nicht mit dabei, sodass wir auf jeden Fall die Basiswerte haben, die wir hier miteinander vergleichen. Bei der Weser, wichtiger Hinweis, gibt es natürlich den B-Rumpf und die B-Flugzeuge. Also die bessere Version, wenn man dazu sagen möchte. Bei den Trefferpunkten haben wir mit der Erich Löwenhardt 44.300 standardmäßig und 16% Torpedo-Schadensveränderung. Das bringt uns Platz 2 hinter der Arc Royal, die in beiden Werten leicht besser ist. Da haben wir 200 Trefferpunkte mehr und eben 28% Torpedo-Schadensveränderung. Die Weser ist aber noch schlechter als die Löwenhardt. Die hat 41.000 Trefferpunkte und 10% Torpedo-Schadensveränderung. Bei der Sekundär, da setzt sich die Löwenhardt natürlich hier von unseren Konkurrenten ab. Wir haben hier eine gute Reichweite von 5,0 Kilometern und jede Menge Rohre. 5x2, 105mm und 8x250mm sucht seinesgleichen auf der Stufe. Die Weser hat nur 105mm Kanonen und da auch nur 5x2 und die Arc Royal 113mm Kanonen und da 8x2. Aber dann eine kürzere Reichweite von nur 4 Kilometern. Weiter geht es dann mit der FLAC. Da belegen wir einen soliden Mittelfeldplatz, also der LP2. Wir haben weniger kontinuierlichen Schaden, schießen auch nur 5,2 Kilometer weit mit der Erich Löwenhardt. Und bei den Explosionen sind wir sogar stärker als die Arc Royal. Aber aufgrund der geringen Distanz oder geringeren Distanz machen wir natürlich nicht ganz so schnell viel Schaden. Die Weser ist übrigens noch schlechter als die Löwenhardt in der Luftverteidigung. Weiter geht es dann mit der Manövrierbarkeit. Da sind wir bei der Höchstgeschwindigkeit auf der Pole Position, könnte man sozusagen, ja wir haben hier 35,8 Knoten standardmäßig zu Buche stehen. Das sucht seinesgleichen auf der Stufe 6, also der schnellste Träger im Spiel. 1140 Meter beträgt der Wendekreis, das ist allerdings auch eine der größten im Spiel auf der Stufe 6. 12,7 Sekunden Ruderstellzeit ist ein Zehntel schneller als die Arc Royal, aber langsamer als das, was die Weser so mit sich bringt. Bei der Erkennbarkeit ähnliche Bild, wir sind im Mittelfeld, 14 Kilometer geht der Arc Royal auf, 13,1 die Löwenhardt und 12,1 die Weser. Und zur Luft ist das ja auch das gleiche Bild, 11,8, 10,9 und 9,5. Wie gesagt, auch da Platz 2 für die Löwenhardt. Und nun kommen wir zu den Fliegern, die die Erich Löwenhardt hier dabei hat. Das ist ja das Essentielle, das, was ihr jedes Mal bedient, wenn ihr mit dem Schiff ins Gefecht startet. Wir haben drei verschiedene Typen, AP-Raketen, wir haben normale Torpedos dabei und wir haben HE-Bomben dabei. Das ist eben das Besondere hier beim Träger, der erste deutsche Träger mit einer HE-Bombe. Und das ist schon, ja, was Cooles, da gehen wir gleich drauf ein. Fangen wir oben an bei den Schlagflugzeugen. Wir haben hier 1270 Trefferpunkte. Das ist das zweitmeiste, also Platz 2, die Arc Royal ist da besser. Die fliegt aber viel, viel langsamer als wir. Wir haben eine Reisegeschwindigkeit von 153 Knoten. Das ist auch drei Knoten schneller als die Weser zum Beispiel. Sichert uns da also schon mal Platz 1. Mit Motorbus sind wir bei 193 Knoten. Und wenn wir das alles skillen, dann seht ihr die Werte gerade eingeblendet, sind wir sogar bei 198 Knoten. Ja, wir starten mit sechs Flugzeugen. Mit zwei können wir davon angreifen. Jeder Flieger hat vier Raketen unter den Flügeln. Ja, Alpha Damage beträgt 2350. Der entfaltet sich aber nur, wenn ihr mit der AP-Rakete richtig trefft, nämlich in der Ziederdelle. Dazu müsst ihr mindestens 25 Millimeter Panzerung penetrieren. Und dann löst der Zündfahrzeuger von 0,022 Sekunden aus. Und wenn da an alles passt, dann gibt es den großen Schaden beim Gegner. Insgesamt habt ihr neun Flugzeuge am Deck und 72 Sekunden Flugzeugwartungszeit. Das heißt, ihr habt die wenigsten Flieger in der Luft, ihr habt die wenigsten Flieger am Deck und ihr habt die längste Flugzeugwartungszeit. Dafür habt ihr relativ viele Trefferpunkte, habt die höchste Geschwindigkeit und habt den höchsten AP-Alpha-Damage oder Raketen-Alpha-Schaden, den es halt auf der Stufe 6 in dem Fall gibt. Außerdem habt ihr dreimal Motorbus zur Verfügung und eben auch noch diese Patrouillenflugzeuge dreimal. Ja, also das ist in dem Fall noch was Besonderes, weil andere Nationen zum Beispiel nur zweimal Motorboost haben. Die Weser hat auch bei den Schlachtflugzeugen dreimal Motorboost, das ist so, um das mal im Hinterkopf zu behalten. Bei den Torpedobombern, da sieht es ein bisschen anders aus, denn da haben wir auch die meisten Trefferpunkte von unseren beiden Vergleichsträgern hier. Wir haben 1610 Trefferpunkte, reisen mit bis zu 173 Knoten, das heißt, da kommt die Weser nicht mit, da kommt die Ark Royal nicht mit. Auch hier starten wir sechs Flugzeuge, zwei greifen an, unter jedem Flugzeug klemmt ein Torpedo, der 4200 Alpha-Damage auswirft. Dafür haben wir den langsamsten Torpedo, nämlich 32 Knoten ist der langsam, damit sogar langsamer als der der Ark Royal, obwohl er 1000 Schaden weniger macht. Also der Erich-Löwen-Haart-Torpedo, der hat 4200, Ark Royal hat 5200, die Weser macht 4067. Die Scharschaltdistanz 387 Meter und auch hier neun Flieger am Deck und die Flugzeugwartungszeit beträgt 89 Sekunden und ist damit ebenfalls die langsamste auf T6 von unseren drei Vergleichsflugzeugträgern hier. Und dann geht es noch weiter zu unseren Bombern, denn da haben wir 1670 Trefferpunkte, auch hier die meisten auf T6 für unsere drei Stück hier, die wir vergleichen. Und bei der Höchstgeschwindigkeit sind wir sogar bei bis zu 196 Knoten, das ist also auch ne ordentliche Hausnummer, kann man ganz ehrlich sagen. Und wenn wir das sogar skillen, dann kommen wir sogar noch weiter, nämlich auf 201 Knoten. Immer dann, wenn wir eben die Motorkühlung benutzen können, ist das halt schon ne Hammergeschichte, wie ich persönlich finde. Das sorgt dafür, dass wir relativ schnell über die ganzen Karten huschen können. Dann haben wir eine HE-Bombe dabei, jetzt starten sechs Flieger, unter jedem Flieger ist dann eine Bombe, Angriffsstaffel sind zwei, das heißt ihr könnt zwei Bomben abwerfen. Und jetzt kommt's, Alpha Damage, 12.200 pro Bombe, das ist der höchste HE-Granaten-Alpha-Damage, den ihr im Spiel auf T6 finden könnt, also von den Flugzeugen her. Ja, ne, 68 Millimeter Penn, also richtig stark, das kommt sogar durch den Deck der Kremlin theoretisch durch, ne, die hat nämlich 60 Millimeter und 69 Prozent Brandwahrscheinlichkeit ungeskillt. Ich glaube nicht, dass man das hier noch groß erhöhen muss, weil die Brandwahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr hoch. Besonders ist hier der Abwurf, der Abwurfvisier, das ist hier nämlich kreisrund und wird ganz angenehm klein, also relativ cool abzuwerfen. Ihr trefft das Schiff eigentlich in der Regel relativ gut und zuverlässig. Mit dem Abwurf. Auch hier neun Flugzeuge am Deck, 84 Sekunden Flugzeugwartungszeit, also bis dann ist wieder der nächste Bomber da. Auch da sind wir wieder das langsamste Schiff, quasi in der Flugzeugwartungszeit. Die Ark Royal hat am meisten Flugzeuge am Deck und hat die geringste Flugzeugwartungszeit dafür immer die langsamsten Flugzeuge, ne, muss man ganz einfach sagen. Die fliegen nämlich gerade mal so 133 Knoten, ja, bei den Bombern und bei den, äh, also bei den Torpedobombern und bei den HE-Bombern. Ja, das ist das, was wir als Besonderheit hier schon mal so festhalten können. Bei den Verbrauchsmaterialien, Torpedobomber, HE-Bomber bei der Erich Löwenhardt haben wir jeweils zweimal Motorkühlung und jeweils dreimal Patrouillenflugzeug. Das ist, ja, ganz angenehm. Also, die Weser ist da natürlich ein Ticken stärker, weil sie nämlich sogar dreimal Motorkühlung hat bei den, bei den AP-Bombern und bei den Torpedobombern. Das ist nämlich der Unterschied. Die Weser hat AP, die Löwenhardt hat HE und die Ark Royal, die wirft ganz viele kleine Bomben ab, HE. Aber die haben auch so einen ganz komischen Drop, also so ein ganz, die werfen eher so einen Bombenteppich ab, sozusagen, ne. Das unterscheidet sich. Ich habe mich jetzt hier für folgende Module bei der Löwenhardt entschieden. Luftgruppenmodifikation 1 in Slot 1, die Flieger gehen schneller wieder zum Träger zurück. In Slot 2 Flugzeugmotormodifikation, mehr Motorbooster-Verfügung, also 10%, mehr Dauer. Dann die Flugzeugtorpedomodifikation, 5% mehr Geschwindigkeit. Und in Slot 4 habe ich mich hier für die Schlachtflugzeuge entschieden, also mehr Trefferpunkte, 7,5% mehr, weil wir hier die wenigsten Trefferpunkte sozusagen haben. Und ich möchte das so ein bisschen ausgleichen, das ist mein Ansinnen. Und die Schlachtflugzeuge sind ja wirklich stark auf die richtigen Ziele angewandt. Könnt ihr damit wirklich massiv Schaden hinterlassen bei den Gegnern. Bei den Signalen habe ich folgende dabei. November Echo Set 7 für mehr Flugadwerkschaden. Dann natürlich Mike Yankee Soxi 6, so kommen wir dann auf 5,3 Kilometer Sekundärreichweite. Dann haben wir Judith Whisky Una One dabei, um mehr Wassereinbrustwahrscheinlichkeit zu erzeugen mit unseren Torpedos. Und dann Victor Lima steigert die Brandwahrscheinlichkeit um 1%. Das ist mir aber gar nicht so wichtig, sondern mir geht es eher darum, nochmal 4% bei der Wassereinbrustwahrscheinlichkeit dazu zu bekommen. In der zweiten Reihe habe ich mich hier nur für Sierra Mike entschieden. Alles andere halte ich hier für Signalverschwendung, wenn man dazu sagen möchte. Also wer Signale so übrig hat von denen, der sollte sie meiner Meinung nach so ansetzen. Dann haben wir hier natürlich noch eine Tarnung dabei. Löwenhard bekommt die Typ 10 Tarnung. Erkennbarkeit zu Wasser und die Streuung der Gegnergranaten. Das sind die Standardwerte. Minus 3%, plus 4%. Stillswartungskosten werden dann hier minus 10% und EP je gefecht werden um 50% gesteigert. Ihr habt natürlich die Möglichkeit auch diese eiserne Kreuzhandlung zu benutzen, wenn ihr sie denn habt. Und die hat die gleichen Werte. Bei meinem Kapitän sieht es wie folgt aus. Den kann man eigentlich mehr oder weniger von der Richthofen so übernehmen, wenn man möchte. Wenn man einen separaten Kapitän dafür ausbilden möchte, dann kann man hier ganz leicht anders gehen. In der ersten Reihe habe ich Luftherrschaft drin, um die Flugzeugwartungszeit zu reduzieren. Hier halte ich für extrem wichtig, gerade weil wir hier die längste Flugzeugwartungszeit haben auf T6. Zumindest für unseren Vergleichsträger, die wir hier haben. In der zweiten Reihe Torpedobeschleunigung, 5 Knoten drauf. Dann gibt es verbesserte Motoren, mehr Staffelgeschwindigkeit, 2,5%. Das wollen wir auf jeden Fall weiter nach oben bringen. Dann ist hier meiner Meinung nach wieder die Pflichtskillung. Experte der Überlebensfähigkeit. Weil wir dann für jedes Flugzeug pro Stufe, die wir haben, 25 Punkte dazubekommen. Also 6 mal 25, 150 Punkte pro Flugzeug ist halt wirklich ein extrem wichtiger Wert. Dann haben wir natürlich die Flugzeugpanzerung, die eben 10% kontinuierlichen Schaden reduziert. Dann habe ich in Reihe 4 die Visierstabilisierung wieder mit drin. Und dann eben auch den Tarnungsmeister natürlich. Die Visierstabilisierung, die kann man hier eventuell auch weglassen. Wer die nicht braucht, der sollte dann vielleicht auf den Sprengmeister gehen, um die Brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen. Und mit dem 1-Skillpunkt, der dann noch übrig ist, würde ich dann den verbesserten Motorboost empfehlen, der dann nochmal 10% länger anhält. Ja, das ist mein Kapitän. Und da gab es auch nochmal diese Alternative. Aber wer jetzt nicht umskillen will und nur ein Kapitän hat, der sollte meiner Meinung nach den Standardbild, den ich gerade einblende, hier drauf nutzen. Das ist auf jeden Fall eine solide Basis. Folgende Pluspunkte habe ich mir notiert. Wir haben sehr schnelle Flugzeuge, also wir haben die schnellsten von den drei Trägern, die wir hier miteinander vergleichen. Wir haben eine sehr gute HE-Bombe, super hohen Alpha-Damage, super hohe Brandwahrscheinlichkeit, starker Penn. Also da kann man auch gegen T-8-Schiffe ordentlich was mit anfangen. Und ihr habt in der Regel immer einen Brand, wenn eure Bomben beide auf dem Schiff landen. Es gibt natürlich auch da mal RNG, was da ein bisschen dafür sorgt, dass ihr vielleicht irgendwann mal auf dem Schiff trefft, was so richtig anti-Brand geskillt ist und die Zahlen gerade nicht für euch fliegen sozusagen. Dann kann es auch mal passieren, dass der aus einem Anflug ohne Brand rausgeht. Aber das ist schon ganz zuverlässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir natürlich einen sehr schnellen Träger, den schnellsten auf T6, das muss man einfach sagen. Und wir haben eine sehr schöne Zielvorrichtung, gerade für die HE-Bomben finde ich das eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm. Auch wie er sich dann verengt, der Kreis und so, ist eigentlich ganz cool zu steuern. Wir fliegen mit den Bombern, wie bei den anderen Deutschen, auch deutlich höher. Ja, das heißt, wir können eigentlich besser den Sprenggranaten, also den Bomben ausweichen, die die gegnerischen Schiffe auf uns schießen. Also, das ist eigentlich eine ganz angenehme Geschichte. Die AP-Flieger machen mir eine Menge Spaß. Durch die Zitadellen-Möglichkeit, die man da hat, kann man wirklich ruckzuck ordentlich Eindruck beim Gegner hinterlassen. Und dann zu guter Letzt natürlich eine starke Sekundärbewaffnung, auch wenn die eher weniger häufig in Erscheinung treten wird. Und dann gibt es natürlich auch wieder Kontrapunkte. Der größte Kontrapunkt ist sicherlich, wir haben sehr kleine Staffeln. Also, wir haben nur sechs Flugzeuge in der Luft und wir haben sehr lange Flugzeugwartungszeiten. Also, deutlich länger als bei der Arc Royal und bei der Weser. Dazu kommt, dass wir relativ schlechte Flugabwehr auf unserem Träger haben. Wir bewegen uns da so ein bisschen im Mittelfeld. Und wenn wir da jetzt sogar alle Träger mit zunehmen, sind wir halt auch wirklich eher am unteren Ende von der Flugabwehr. Ja, und wir haben dazu noch nicht nur kleine Staffeln und lange Flugzeugträgerwartungszeit, sondern eben auch wenige Flieger am Deck, nämlich nur neun. Ja, wir starten mit acht, also bleibt ein Träger am Deck stehen. Und dann arbeitet schon die Flugzeugwartungszeit für uns. Und die Träger und die Flugzeuge müssen wieder nachproduziert werden, sozusagen aus dem Rumpf raus aufs Deck geschoben werden. Das sind so die Punkte, die ich bei der Löwenhardt anzuführen habe. Mein persönlicher Fazit zur Erich-Löwenhardt. Ich denke, wer liebäugelt, diesen Träger zu holen, macht damit nichts verkehrt. Man kann mit dem Träger echt eine Menge Spaß haben. Dadurch, dass man so gute HE-Bomben hat und relativ schnelle Flugzeuge, dass man über die Karte kommt und alleinfahrende Schiffe sehr gut fokussieren kann, ist das eigentlich ne richtig schöne Geschichte. Wer natürlich kein CV mag oder allgemein das deutsche Gameplay bei den Träger nicht so mag, der hat vielleicht mit den HE-Bomben ein bisschen eine andere Alternative, aber die AP-Raketen, damit muss man halt trotzdem umgehen. Ihr werdet euch schwer tun, mit diesem Träger Zerstörer anzugreifen, das ist ganz klar. Die Torpedos sind sehr langsam, ihr habt AP-Raketen dabei, das heißt, ihr macht relativ viele Overpens auf Zerstörern. Das sind wieder so Sachen, die vielleicht dagegen sprechen. Allgemein seid ihr halt im Zerstörerbekämpfen darauf angewiesen, dass euer Team mit euch arbeitet. Wenn das nicht passiert, dann könnt ihr alleine gegen andere Zerstörer nicht so viel machen. Das war es schon von unserer Schiffseinweisung zu Erich Löwenhardt. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Video so ein paar Anhaltspunkte bieten, sodass ihr so ein bisschen einsortieren könnt, ob ihr euch das Schiff holen wollt oder eben nicht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und euren Freunden den Kanal weiterempfehlt. Unsere Videos findet ihr bei YouTube, unsere Livestreams findet ihr bei Twitch, geschriebenen Artikel bei Facebook und alles zusammen auf unserem Discord-Kanal. Alles dort findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Ja, und dann hören wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Also haut rein, euer Siekrautsteam, euer Andi. Ciao, ciao.